Hallöchen meine Frohbez-Freunde und Koppelz, wie geht's dir stets? Gestern kam ein neuer Patch dazu, Patch 1.29 Der uns einige Änderungen mitgebracht hat und darüber wollte ich heute mal mit euch reden Einen Tag zu spät, aber so ist das nun mal bei mir Nice, Hallöchen, Hallöchen Hallöchen Wo sind die? Oh ja Ja, genau so Bevor ich dazu komme, würde ich mich natürlich, wollte ich gerade sagen, noch über ein Abo freuen Ich hole die gerade irgendwie alle weg, das freut mich sehr Und mal ganz kurz hier die Runde zu Ende spielen, weil ich habe nämlich mit meinen Snipern auch noch was vor Hallöchen, guten Tag Mindestens 15 Abschüsse brauche ich Ah Bin gerade dabei, die Obsidian zu spielen Auf jeden Fall kann ich ja schon mal über eine Änderung reden Die allgemeine Größe vom Spiel wurde ein bisschen reduziert Das betrifft Ah, ich bin zu... Warum spiele ich Shipment, wenn ich erzählen will Das betrifft halt nur die Waffen und die Operator-Texturen, die wurden ein bisschen verschlechtert Wer die aber wieder hübsch haben will, sage ich mal, kann sich das nochmal separat runterladen auf Konsole Ich habe davon gar nichts mitgekriegt, ich weiß nicht mal, wo man das machen kann Ich weiß jetzt auch gerade aktuell nicht, ob mein Spiel davon auch bet... Hallo Jetzt, mein Spiel davon auch betroffen ist Ich hatte irgendwie so ein extra Update gar nicht oder ich habe es einfach nur nicht gesehen Aber kann man auf jeden Fall machen Um 25 Gigabyte zu sparen Ich meine, ich selber habe nur 500 Gigabyte insgesamt Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht Wenn dafür dann halt die Waffen ein bisschen schlechter aussehen, dann ist das halt so Schönen guten Tag Ja und wie wir ja auch alle wissen, wird ja... Wird es ja so sein, dass die Waffen von Cold War zu Warsome kommen Und deswegen haben die auch alles jetzt schon Overlay-mäßig getrennt Was ich ziemlich schick finde Das ist alles... Einzelnd Ich treffe hier kein Alter, dazu komme ich gleich Ich spiele jetzt erstmal noch die Runde Naja, habe jetzt auch nichts nennenswertes mehr geschafft Hier, davon habe ich gerade gesprochen Es wurde jetzt alles schön übersichtlich getrennt voneinander Hier ist der Multiplayer Warzone und Cold War Was ja jetzt Freitag rauskommt Wo ich mich übelst dolle drauf freue Oh Gott, Alter Ich freue mich übelst auf das Spiel Ich weiß ja nicht, wie es euch geht Die Mehrheit von euch hasst das Spiel ja warum auch immer gleich Aber ich feiere das übelst Ich freue mich Ich habe mir auch vorhin Schönen 70 Euro Xbox-Guthaben geholt Um das nachher auch schön runterladen zu können Zudem auch eine richtig geile Änderung Wo wir hier gerade sind Die Ausrüstung wurde getrennt Man kann jetzt seine eigenen Warzone-Klassen haben Beziehungsweise seine eigenen Modern Warfare-Multiplayer-Klassen Hier gucke ich nochmal ohne zu schneiden Ich habe die jetzt noch nicht geändert Bei mir sind die eh gleich Das ist jetzt dumm Bei mir sieht man das jetzt gar nicht Aber auf jeden Fall sind die jetzt separat voneinander getrennt Und dann noch etwas Das betrifft mich jetzt nicht so wirklich Eigentlich war ich ja eigentlich nur so Fast nur Solo-Spiele Aber man kann jetzt ja auch eigene private Spiele in Warzone machen Wo das hier jetzt ist, weiß ich gar nicht Doch hier privates Spiel Warzone Ja Kann man jetzt hier auch machen Interessiert mich überhaupt gar nicht Also halte ich nichts von, brauche ich nicht Die Operator sind bei Warzone jetzt auch nicht mehr getrennt Wie man sieht Die sind jetzt hier alle zusammen Vielleicht haben das ja die meisten von euch eh schon gesehen Aber für die, die es noch nicht kennen Zeige ich das hier nochmal aus Dann habe ich sonst keine andere Video-Idee Ja, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe Dann tut es mir leid Aber das ist eigentlich das Wichtigste irgendwie schon Das war es eigentlich schon Was wir ja auch wissen ist Dass zum Start Ich habe keine Waffe in der Hand Doch jetzt Dass zum Start der ersten Season Am 10. Dezember ja alle Cold-War-Waffen noch zu Warzone dazukommen Das feiere ich ja richtig doll Ungeahnte Möglichkeiten Man kann so unendlich viele Videos dann machen Da freue ich mich ein bisschen drauf Blöchchen Nein Als ob der Nosecook daneben war Schade Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt Wie dazu wird mit Cold War und alles Ich freue mich da richtig doll drauf Habe ich ja schon gesagt Für mich war die Beta ein Traum Also Im Vergleich zu Modern Warfare Die Beta habe ich ja auch gespielt War Cold War wirklich richtig easy Und einfach schön zu spielen Nach zweimal schlafen Dann ist es ja auch endlich soweit Ich freue mich wirklich richtig doll Mal endlich wieder was Neues Könnt mir ja mal Eure ehrliche Meinung sagen Also Ich bin gehypt auf Cold War Das war wie gesagt Eine sehr angenehme Beta Und Das war es jetzt eigentlich auch schon Hier wieder mal von mir Oh noch ein Collateral Schön Schade Oh kämpf noch da nicht Nein Äh Ja das war es schon Und von dem Update tatsächlich schon Ich wollte das Video an sich mal ein bisschen anders aufbauen Nicht so wie sonst Ein bisschen zocken nebenbei Weil ich meine Wenn ich so richtig spiele Die Videos guckt sich ja eh keiner an Und somit zwinge ich euch das auf Euch das hier auch mal reinzuziehen Naja wenn ich mal treffen würde Wäre es noch schöner Okay ich treffe nicht mehr Und ja Habe ich meine 15 Kills Ne habe ich noch nicht Am 24. November siehst du Zum Glück spiele ich hier gerade noch Nein Ich bin wirklich nett Maka Kommt er noch Nuketown Da bin ich auch richtig hyped drauf Und ja wie gesagt Das war es jetzt hier eigentlich an der Stelle Haut da rein Und Tschüss 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 Tschüss